Ah, super. Mir fällt wieder mal kein, kein, keine Anmoderation ein. Ich weiß selber nicht, was ich sagen soll. Was soll ich denn, was soll ich denn reden? Das ist gar kein Thema. Ich rede jetzt darüber, wie ich meine Kuckubins abbaue. Weil mir fällt echt nichts ein, was ich sagen kann. Hallo. Hilfe, ist euch jemand im Teamspeak, der mir aushelfen kann? Ach, hast du eine Anmoderation? Ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Hey ho, meine Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hilfe, Profi-Youtuber. Ich weiß, was ich sagen kann. Ne, es ist zu spät. Es kennen meine Abonnenten schon von mir, dass ich sie nicht begrüße. Sind die schon gewohnt. Das macht die zwei alle immer traurig. Ich höre jetzt einfach jemand, dann fällt mir was ein. Hi. Ich glaube, du hast nichts. Doch, ein paar Kuckubins und Holz für mich. Das ist sehr nett. Hier unten ist noch einer. Hi. Können Sie bitte sterben? Danke schön. Oh, er ist Anker. Aber ich will mich einfach nicht schlagen. Warte, Eisen. Fünf Stück. Hier kommt noch einer. Aber da ist kein Anker. Das ist super. Und dahinten kommt noch einer. Ich bin hier weg. Tschüss. Hallo, Kumpelblase. Boah, ich habe ein Thema gefunden. Nämlich, heute ist was ganz komisches passiert, ja. Ich bin so aufgestanden, habe aus dem Fenster geguckt. Da war einfach Schnee. Hat einfach geschneit. Das ist jetzt bestimmt jeden. Ja, das interessiert jeden. Hm? Das ist bestimmt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh Mann. Ihr könnt mir mal Themen bitte in die Kommentare schreiben, ja. Themen, über die ich reden kann. Themen, die euch interessieren. Da hätten jetzt jemanden. Das ist auch im Boden. Ich höre es mal den. Der hat einen Zombiescan. Hi. Alles cool bei dir? Bitte über dein, äh, oh, was ist es denn? Special. Special? Special. Genau. Ich könnte mir auch Vorstege in die Kommentare schreiben, was ich zu 10.000 Abonnenten machen soll. Denn ich selber weiß noch nicht, was ich da so machen soll. Also ich habe schon eine grobe Vorstellung davon, was ich da machen kann, was ich dort machen werde. Aber so ganz genau weiß ich es halt selber noch nicht. Übrigens auch danke für 9.500 Abonnenten, die ich heute irgendwie, äh, schon geknackt habe. Also es geht im Moment mega schnell. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, großes Dankeschön. Ein Ding. Danke, Lea. Oh, er ist gestorben. Ich habe immer noch fünf Eisen, aber ich bin so voll, die zu braten. Wolle ich die jetzt braten oder nicht? Ich brate die jetzt, oder? Du hast mehr Eisen als ich. Ja. Warte, das ist einfach zwei Eisen mit zwei Holz. Lieg dann hier raus und hol mir einen Stick. Also ich habe ein Eisenschwert. Minus 350, 150, da bin ich sogar in der Nähe. Also ich muss da hin, ne? Hier ist es. Hm, ich habe richtig Bock, die wollen mich zählt hin. Oh nein. Sag mir deine Korte, ich komme zu dir. Äh, 79 minus 50. Der Basti, GHG-Typ und noch jemand. Kannst du weglaufen, oder? Ja, ich bin unter der Erde, als ob die mich finden. Es sind die am X-Ray. Oh, dort hinten ist einer. Ich sehe da jemanden. Und da hinten sind zwei. Vielleicht wird dann erstmal die zwei. Dann versuche ich es. Alter, sind so viele da bei mir. Wir haben doch nur Eisen. So, ihr seid jetzt einmal bitte vergiftet. Einen habe ich. Und den anderen habe ich auch. So, dort hinten ist es noch einer. Den versuche ich auch mal zu töten. Ah, erstmal hole ich mir die Tür, obwohl. Ne, erstmal hole ich mir den. Nein, er ist Snail. Och Mann. Im Snail zu camp ist immer eklig, weil er euch einfach verlangsamen gibt, als es so ist. Mal im Kampf hier so eine Kurse töten. Und dann im Kampf hier meinen Eisenschmerz zu enchanten. Dann noch meinen Enchantment Table abbauen. Ja, man kann viele Sachen noch im Kampf machen, um dann ihn hinterher fliegen. Und ihn versuchen zu töten. GG. So. Und noch einer hinter mir. Hi. Darf ich ein bisschen. Ich dachte, der wollte mich ein bisschen erschrecken. Oh, da wurde jemand gestoppt. Den habe ich getötet. Ich habe das Gefühl, ich baue mich mit dem Berg hoch. Ne. Ne, ne. Bist du da? Ich bist du da. Hi. Hast du einen Eimer für mich? Danke. Hier, ich schenke dir Gold. Brauchst du ein Enchantment Table? Hier. Viel Spaß damit. Oder hinten, da will sich jemand, äh, der will stumpen. Hä? Hast du Bock? Hm? Ja, willst du stumpen? Komm, komm runter. Hm? Ja. Ich komme auch vor. Hi. So, spring? Ja. Spring doch. Komm. Pf, dann nicht. Der will nicht. Gönnt euch den Kill. Oh no. Komm, wir gehen zum nächsten. Warum hast du mir die ganze Rüstung gegeben? Ja, weil du es mir anbenötigst. Ah ja. Du bist so schlecht, weißt du? Du brauchst über Rüstung. Mhm. Willst du es wiederhaben? Ne, ne. Ich sterbe eh gleich. Deswegen musst du es behalten. Ach so. Bevor es jemand anderes vorkommt. Da oben. Hi. Alles cool bei dir? Er läuft weg. Reicht nicht mehr. Also sei gefangen. Im Wald. Ach nö. Dir gehen ganz viele Kuckuck ins, wenn du die brauchst, ne? Und noch ganz viel anderes Zeug. Ich habe elf Leder. Hier, guck mal. Nimm dir das Leder. Äh. Du, du, du. Ey. Och man, das ist so gemein. Fies beginnt, ne? Ich habe Angst, dass die das Fies bekommt. Der Craftingian. Und der Godi-Kraft. Und der Zucker. Sieht schon geil aus, oder? Ja, du brauchst noch Blumenwarte. Äh. Gelb. Ja, das muss doch passen. Du musst doch, du musst doch, äh, ganz gelb aussehen. Toll. Schaut gut aus, schaut gut aus. Schöne Schienbeinschütze. Dann kommt Craftingian. Ich hoffe, der lässt uns in Ruhe. Und Godi-Kraft auch. Oder warte, ich muss gucken, wie viel Rüstung die haben. Uiuiuiuiui. Ja, sehr wahr. Oder an dir Schuhe. Also die finde ich schon lecker. Ja, ich auch. Oh, 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 oh. Ich wollte ja nicht so viel Recrufen, wegen der ich schießt. Ihr Schwert macht schon einen Schaden. Mhm. Kannst du weg, oder? Ich geb mein Bestes. Versuch ihn einfach wegzulenken. Lenken? Ja. Ich möchte halt eigentlich nicht Recrufen. Ich muss halt. Aber kommst du dir. Einen hab ich. Und dann werd ich auch gleich haben. Hol dir Sachen. Ich hab Stärke. Oh, er hat auch Stärke. Fuck. Ich glaub, er hat auch Stärke. Hol dir Sachen aus dem Viehs. Ja, ja. Ich freizue gerade gegen den anderen. Ich hab ihn. Nice. 28 Sekunden. Äh, wenn für dir. Nice. Willst du für dir? Ich kann dir das Zeug geben. Äh, nee. Ich muss gerade kämpfen. 2, 3, 1, ich komm zu fiest. Leg mir das Zeug dahin. Ich bin da hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Habe ich doch. Habe ich doch. Hier, hier, hier. Kannst du mir dein Testbild geben? Ich weit gegen den. Kann ich dein Schwert haben? Weil meinst du es gleich kaputt? Willst du noch mehr haben von mir? Nee, das reicht jetzt. Halt auf, hol die. Das wird halt mega knapp, weil ich ja nicht so viele Dingssachen habe. Das ist so viele Recraftsachen. Ich hab an dir gar keine Recraftsachen mehr, ich werde. Hast du Sachen zum Recraften? Ja. Ja. Ich werde das nicht überleben, ne? Ja. Du hast doch Recraft oder nicht? Nein. Acht Stück. Acht Kuckubins. Ich muss mal ganz kurz hier sortieren. Das kann nicht. Das kann nicht. Das kommt noch da. Ja. Ja. Er löscht dich? Aber brennt immer nach. Ja. 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 Willst du Päusen haben? Kannst du auf ihn gleich schmeißen. Nein. Soll ich machen? Ja. 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 Ach, das ist schon überlegen. Muss essen. Ja, super. Dann ess doch. Ja. 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 Ich kann auch wieder stärken. Kapi. Nee, 14 Kids. Hi. Was war das? Der, ne? Oh nein. Mann! Hier sehen Sie einen ehrlosen Menschen, der ein Mädchen tötet. In Minecraft! Hm. Ich bin gemein. Ja, das bist du. Entschuldigung. Okay. Ja, dann auf jeden Fall danke an alle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Und ich möchte mich sehr über eine positive Wertung freuen. Und vergesst nicht, mir irgendwelche wunderbaren, mir irgendwelche Kommentare in die Kommentare. Ich kann keine Anmoderationen, ich kann keine Outros. Warum bin ich so schnell? Du cheatest. Nein. Auf jeden Fall wäre es mega cool von euch, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könntet, über was für Themen ich vielleicht mal in der HG-Runde reden soll, weil ich da immer so, keine Ahnung, ich rede da einfach über gar nichts. Eigentlich nur über das Gameplay und keine Ahnung. Also wenn ihr irgendwas habt, irgendwas Interessantes, was ihr hören wollt von mir, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wo bist du? Wo schaust du denn? In welcher Richtung? In alle Richtungen. Okay, haut rein. Bis dann. Und tschüss. Hm. Wer sagt nie tschüss? Das ist unglaublich. Okay, 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 okay. Ciao. Das neigt euch. Tschüss. Das neigt euch. 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 Vielen Dank.